Ja, los geht es mit über 30 neuen Karten, die für Disney-Lorkana jetzt bekannt gegeben wurden. Und unter anderem im Disney-eigenen Shop wurden welche neue gepostet. In den Regeln hat man welche gesehen. In einem Messe-Magazin in den USA waren neue Karten zu sehen. In den Regelvideos, die auf Englisch zumindest jetzt erschienen sind von Ravensburger bzw. Disney-Lorkana. Also eine Menge neue Karten, über 60 Karten sind mittlerweile bekannt. Aber ja, das sind schon eine Menge. Aber wir wissen ja, knapp über 200 Karten wird es im ersten Set geben, unterschiedliche Karten. Und also wir kennen jetzt schon eine Menge, aber natürlich kommt dann noch einiges. Aber wir schauen mal die durch, die jetzt wirklich in den letzten ein, zwei Wochen neu bekannt gegeben wurden. Und da haben wir zum einen hier einen Charakter, nämlich Haihai. Ein Boat-Snack, Storyborn-Ally. Nur eine Tinte kostet diese Karte. Die kann man natürlich auch als Ink abwerfen. Das zeigt ja oben links rund um dieses Sechseck, wo die Kosten drin stehen, noch dieser Kranz, der da drum ist. Das sind halt alles Karten, die können auch abgeworfen werden. Einmal vorzu kann man ja eine Karte verdeckt auf den eigenen Ink-Stapel, Tintenstapel legen als Ressource. Das ist eine 1-2-Kreatur, also mit einem Angriff, einer Stärke und zwei Willen, also Verteidigung. Und das ist ein Storyborn-Ally. Das sind halt wieder Begriffe, die sich dann auf andere Effekte von anderen Karten beziehen. Und die hat die Fähigkeit Support, immer wenn dieser Charakter questet. Und questen ist ja das, mit dem wir diese Lore-Punkte, diese Legenden-Punkte bekommen. Also wir in unserem Zug erschöpfen wir die einfach, drehen die zur Seite und würden dann in dem Fall hier ein Lore-Punkt, das ist dieses kleine, ja, Sternen-ähnliche Ding rechts unten. Und immer wenn dieser Charakter questet, dann kann man seine Kosten einem anderen ausgewählten Charakter in diesem Zug zuweisen. Nein, seine Stärke ist das natürlich, sein Angriffswert. Ah, okay, also kann man quasi mit diesem Charakter nicht nur questen, sondern man kann auch gleichzeitig sagen, okay, dann bekommt ein anderer Charakter plus eins in dem Fall. Je nachdem, es gibt mit Sicherheit auch Effekte, wo man zum Beispiel die Stärke einer eigenen Karte erhöhen kann. Und dann könnte man wahrscheinlich mit diesem Effekt ja mit Support auch noch, ja, mehr Stärke einem anderen Charakter geben. Sehr schön. Klingt auf jeden Fall nach einer kleinen, schnell gespielten Karte, die auch, ja, so einen Doppel-Effekt hat. Man kann questen, aber dann bringt das auch noch was. Dann haben wir hier eine sehr klassische Karte, nämlich Mickey Mouse, der Steamboat-Pilot. Das war ja sozusagen der Anfang von Mickey Mouse. Das war, glaube ich, das erste, nicht nur ein Mickey Mouse-Video, sondern ich glaube, ich habe letztens auch gehört, das erste, ja, die erste Zeichentrickfilm mit Musik, mit Ton. Und man sieht hier, es ist ein bisschen modernisiert worden. Das ist natürlich generell in Schwarz-Weiß gewesen damals. Jetzt ist nur noch Mickey in Schwarz-Weiß. Der Hintergrund ist farbig. Die Qualität müsst ihr natürlich entschuldigen. Die Karten sind eben teilweise, oder die Illustrationen zumindest, sind jetzt teilweise aus irgendwelchen abgescannten Messekatalogen oder von Websites kopiert worden oder aus Videos raus. Also das sieht natürlich alles nachher gestochen scharf aus auf den endgültigen Karten. Ja, und Mickey Mouse Steamboat-Pilot kostet drei Inks, drei Tinten, kann auch als Ink verwendet werden. Ist eine 3-4er-Kreatur, also schon stärker Storyborne, Hero und Captain und hat aber keine Sonderfähigkeit. Also ist einfach ein recht starker Charakter, der allerdings auch nur eine Legende bringt, wenn man mit dem Charakter questet. Aber wir wissen ja, es gibt andere Fähigkeiten, andere Karten, die können halt zusätzlich sich zum Beispiel auf Storyborne oder auf Hero oder auf Captain beziehen und damit auch noch zusätzliche Effekte auslösen. Dann haben wir Just-in-Time und da sind wir bei einer Aktion. Das ist ja eine der weiteren Kartenarten, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme. Und das kostet drei Tinten und man sieht auch hier, hier ist dieser Rahmen nicht drumherum. Also diese Karte kann man nicht als Tinte, als Ressource quasi abwerfen, sondern man kann sie halt nur als Aktion spielen. Und dann wird eben sofort der Effekt ausgeführt und dann kann man einen Charakter mit den Kosten fünf oder weniger umsonst spielen. Und da die ja selber hier drei kostet, macht es eigentlich fast nur Sinn, einen anderen Charakter zu spielen, der fünf oder vier kostet. Macht jetzt wenig Sinn, da einen Charakter damit zu spielen, kostenlos, der nur eins kostet. Das wäre dann günstiger, den ganz normal zu spielen. Und dann haben wir LeFou, Bumpler, Storyborne Ally, eine Zweier, zwei Ink-, zwei Tinten-Kreatur, eins, zwei. Also nicht so stark, aber man sieht ja unten rechts, bringt zwei Legenden. Und das ist schon da natürlich auch sehr interessant. Und das hat das Keyword oder die Fähigkeit Loyal. Also wenn du einen Charakter mit dem Namen Gaston im Spiel hast, spielt man eine Tinte weniger oder muss man eine Tinte weniger ausgeben, um diesen Charakter zu spielen. Das sind natürlich dann auch wieder interessante Kombinationen, dass man halt hier auch gerade, weil es ein Storyborne und ein Ally ist, also ein Verbündeter, wenn man entsprechend die passende Karte da hat, dazu eben in dem Fall Gaston, dann kostet die ja eins weniger und dann kann man die auch schnell rausbringen. Und wie gesagt, bringt zwei Legenden beim Questen, ist also auch dann natürlich sehr wertvoll. Dann haben wir Donald Duck, sieht ein bisschen komisch aus, weil das ist aus dem Regelheft. Da war halt eine Erklärung, wie halt so ein Kampf auch geschieht. Deswegen ist ja links oben noch hier diese zwei Stärke so schräg drauf. Die ist natürlich an der endgültigen Karte dann nicht drauf. Ist jetzt unklar, ist ein Storyborne, ist eine andere Donald Duck-Figur. Es gibt ja in Disney-Locana jetzt nicht nur jeden Charakter einmal, sondern es gibt die Charaktere auch auf verschiedensten Karten. Mickey Mouse haben wir ja schon unterschiedlich gesehen zum Beispiel. Und es gibt ja auch eine Fähigkeit, ich glaube Shift heißt die, wo man dann einen Charakter mit dem selben Namen auf eine bestehende Karte ausspielen kann, die den selben Namen trägt. Also da müssen wir auch mal schauen, wie das genau funktioniert und was das bringt. Aber hier wird sicherlich auch so ein Flavortext sein, als auch ein Aktionstext oder ein Fähigkeitstext oder so. Ist halt hier auf dem Beispielbild nicht drauf. Ob es zwei Mana oder zwei Tinten kann als Tinte gespielt werden, zwei Dreier-Kreatur und bringt eine Legende. Dasselbe hier, das ist auch aus dem Kampfbeispiel Captain Hook, eine andere Karte oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir die schon hatten. Wir hatten auf jeden Fall schon eine Captain Hook-Karte, kostet halt vier. Inks kann nicht als Tinte verwendet werden, ist eine Drei-Vierer-Kreatur, also relativ stark. Stark, Storyborne, Villain, Pirate und Captain, also relativ viele Keywords hier dabei und hat die Fähigkeit Double the Powder. Wenn man diesen Charakter spielt, kann man eine Aktionskarte mit dem Namen Fire the Cannons aus dem Abwurfstapel wieder auf die Hand nehmen und diese Karte sehen wir gleich noch, denn die war auch neu revealed worden. Also hier hat man auch wieder bestimmte Karten, die untereinander Effekte geben, wobei man sagen muss, es ist natürlich schon sehr speziell, dass man nur diese Karte irgendwie wieder auf die Hand nehmen kann. Mal gucken, ob dann in späteren Sets und mit späteren Karten dann vielleicht eher bestimmte Kartentypen vielleicht auch hier triggern, weil es macht ja eigentlich dann nur Sinn, Captain Hook in dieser Form zu spielen, wenn man dann auch wirklich diese Fire the Cannons-Karte mitspielt. Dann haben wir eine sehr schöne Karte, die für mich jetzt schon zeigt, dass es auch eine schöne Effekte ja wirklich gibt, wo man eben Kombination spielen kann und das ist zwar Belle, die Inventive Engineer, drei Inks, eine 2-3er-Kreatur, Dreamborn, Hero, Princess und Inventor. Und die hat die Fähigkeit Tinker und zwar, wenn man, wenn dieser Charakter questet, also wenn man ihn wieder erschöpft, um diese zwei Legenden zu bekommen, die diese Karte hat, dann spielt man oder bezahlt man eine Tinte weniger für das nächste Item, was man in diesem Zug spielt. Also hier auch eine schöne kleine, eine schöne kleine Kombination und eine Verbilligung der nächsten Itemkarte. Das ist ja auch eine dieser Kartentypen, die es im Disney-Lore-Kader gibt. Und dann haben wir wieder eine Aktion, nämlich haben wir Control Your Temper, also kontrolliere dein Temperament, eine Aktion für eine Tinte. Und da kann man einfach einem Charakter, und das wird wahrscheinlich in der Regel ein gegnerischer Charakter sein, minus zwei Stärke in diesem Zug geben. Das ist halt einfach eine Aktion, die würde man wahrscheinlich spielen, wenn gerade ein Kampf ansteht. Müsste man schauen, ob man Aktionen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau auf dem Kopf, ob man die auch wirklich mitten im Kampf spielen kann, oder ob man das davor machen muss. Wäre natürlich sehr stark, wenn man einen Kampf auslöst. Und dann kann man den gegnerischen Charakter schwächen, dass der halt weniger Schaden austeilt. Dann haben wir Minimaus, die Beloved Princess, zwei Inks, zwei Dreier-Kreatur. Und keine Fähigkeit drauf, müsste man auch hier abwarten. Ist nicht immer klar, ob das teilweise bei diesen Previews einfach noch nicht gezeigt wurde. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Hat auf jeden Fall einen Legendenpunkt drauf. Also man kann mit der auch questen, um Legendenpunkte zu machen. Und es war ja bei Disney-Locana so, dass wir 20 Legendenpunkte brauchen, um zu gewinnen. Dann haben wir eine weitere Maleficent. Wir hatten ja schon mal die Maleficent auch in anderer Form. Biding Her Time. Eine Tinte, das ist eine 1-1er, also eine sehr kleine Karte, kleine Kreatur. Eine Dreamborn, Villain & Sorcerer. Und auch hier keine Fähigkeit drauf, aber zwei Legendenpunkte. Aber die zu spielen, ich glaube, da hat man nicht lange was von. Denn Karten, die Questen, die man erschöpft, die können ja angegriffen werden. Und eine 1-1er-Kreatur ist dann wahrscheinlich nicht lange, lebt da nicht lange genug. Außer man kann sie mit anderen Karten irgendwie wieder schützen. Dann haben wir ein Item, nämlich die Lanterne Lantern für zwei Tinten. Und die hat die Fähigkeit Birthday Lights, Geburtstagslichter. Und zwar kann man die erschöpfen und dann bezahlt man eine Tinte weniger für den nächsten Charakter, den man in diesem Zug spielt. Also auch hier so eine Enabler-Karten, die halt dabei helfen, andere Sachen günstiger zu spielen. Und da es ein Item ist, und das bleibt ja liegen, anders als die Aktion, die ja einmal nur ausgelöst wird. Und dann landen sie auf dem Ablagestapel. Die Items, die bleiben halt im eigenen Spielbereich liegen. Und die kann man halt jede Runde wieder nehmen. Und die kann man auch nicht angreifen, denn die haben ja keinen Angriff oder Stärke. Man kann nur mit Charakteren andere Charaktere jetzt direkt im Kampf angreifen. Und dann haben wir Hercules, Hercules, True Hero, drei Inks, eine 3-3er-Kreatur, also schon eine stärkere. Und wir wissen ja, diese Stahl, also diese grauen Kartentypen, das ist so eher so das Akro. Akrofarbe, habe ich das Gefühl, so mehr kampfstarke Karten. Hier auch durchaus stark 3-3er, Dreamborn, Hero und Prince und hat das Keyword Bodyguard. Und diesen Charakter kann man, wenn man möchte, erschöpft ins Spiel bringen. Und ein gegnerischer Charakter, der einen der eigenen Charaktere challenged, muss sich zuerst oder muss diesen Bodyguard quasi auswählen. Also man kann ihn halt reinspielen, um zum Beispiel die Maleficent von eben, die ja sehr schwach ist, quasi zu schützen. Denn der Gegner müsste erst hier Hercules angreifen, bevor er dann einen anderen Charakter angreifen kann. Also auch so eine Schutzkarte, auch sehr schön. Dann haben wir Aurora, Regal Princess, Storyborn Hero Princess. Eine blaue Karte für zwei Tinten, zwei Zweier, also zwei Stärke, zwei Verteidigung. Auch hier keine Fähigkeit drauf, sondern sie bringt einfach zwei Legenden. Und dann haben wir wieder eine Aktion, Develop Your Brain. Eine Tinte, eine, ähm, und die bringt, äh, oder die bringt die Fähigkeit, man schaut sich die oberen zwei Karten des eigenen Decks an. Und eine kann man in die Hand nehmen und die andere legt man, ähm, runter auf den, ja, ähm, also auf den Boden des Decks, also unter das eigene Deck. Genau, das war das, was ich sagen wollte. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Karte und von dieser Art, von dieser Art Aktionen, beziehungsweise wenn es das auch vielleicht noch als Fähigkeiten gibt, die werden sehr wichtig werden. Denn man hat schon in den ersten, ähm, Spiel-Sessions, die auf YouTube zu finden sind, die mit Proxy-Karten gemacht wurden, ähm, hat man schon gesehen, dass es sehr schnell, äh, diese sieben Karten, die man anfängt, zieht, dass die sehr schnell auch weniger werden. Denn man hat ja jede Runde die Möglichkeit, nicht nur Karten zu spielen, sondern auch eine Karte, ähm, quasi abzulegen als Tinte. Und man zieht ja immer nur eine Karte am Anfang des Zuges. Und wenn man jetzt, sag ich mal, jede Runde eine Karte als Tinte, ähm, ablegt und noch ein, zwei Karten spielt, äh, und dann aber nur eine Karte nachzieht, ist klar, dann schmilzt die eigene Hand, äh, sehr schnell runter. Und deswegen sind so genannte Card-Draw-Effekte, also Nachzieheffekte, das heißt, dass man zusätzlich Karten ziehen kann, ähm, natürlich wichtig. Wobei man muss sagen, hier bei Develop Your Brain ist es ja quasi ein 1-zu-1-Tausch. Man, äh, spielt diese Karte aus und kann dann eine Karte vom Deck ziehen, beziehungsweise kann zwei Karten ziehen. Man hat halt dann die Auswahl. Das ist hier ein bisschen der Vorteil, dass man eben nicht mehr, äh, Karten bekommt. Das bringt diese Karte nicht, aber man hat, kommt natürlich schneller durchs Deck und findet eher die Karte, die man jetzt für die Situation gerade braucht. Aber das wird nochmal spannend, ob es in diesem Set eben mehr Karten gibt, die wirklich auch ein bisschen für Card-Draw sorgen, die dafür sorgen, dass man halt nicht so schnell nach vier, fünf Runden oder drei, vier Runden irgendwie mit einer leeren Hand da sitzt. Mal schauen. Und hier haben wir jetzt eine weitere Mickey-Maus-Karte, und zwar True Friend, eine gelbe Karte, drei Inks, eine Drei-Dreier-Kreatur, also stark und eher so der klassische Disney, wie man ihn, wie man ihn kennt. Storyborne Hero und bringt einfach zwei Legenden-Punkte. Dann haben wir wieder ein interessantes Item, nämlich die Coconut Basket, also der Kokosnuss-Korb für zwei Tinten, und die hat die Fähigkeit Conciler the Coconut. Immer wenn man einen Charakter spielt, kann man bis zu zwei Damage von einem, also zwei Schaden von einem Charakter entfernen, und das ist eine sehr starke Karte. Also die Items machen generell den Eindruck, als wären sie wirklich stark, sind auch nicht so teuer hier, muss man sagen. Klar, dafür spielt man eben keinen Charakter, wenn man hier die zwei Tinten ausgibt, aber jedes Mal, wenn man danach einen Charakter spielt, kann man Schaden von einem Charakter runternehmen, und das ist natürlich eine sehr starke Fähigkeit. Denn anders als in anderen TCGs bleiben die Schadensmark, oder bleibt der Schaden ja liegen, wenn man gekämpft hat gegen jemand anders, und eben noch nicht, also die Karte noch nicht zerstört wurde, noch nicht auf dem Ablagestapel gelegt wurde, kann man hier sozusagen wieder Charaktere heilen. Sehr interessant. Und dann haben wir auch hier eine Karte, und das ist eben auch einer dieser neun Subtypen, auf die ich auch noch zu sprechen komme, nämlich die Aktion Song, also Songs oder Lieder, ist halt so ein Subtyp vom Thema oder von der Kartentyp Aktion, heißt Part of your World, kostet drei Tinten, und ein Charakter mit den Kosten drei oder mehr kann erschöpft werden, um diesen Song sozusagen umsonst zu spielen. Das heißt, man bezahlt entweder diese drei Tinten, um diese Karte auszuspielen, diese Aktionskarte mit dem Typ Song, oder man kann einen anderen Charakter, den man schon ausliegen hat, der drei oder mehr kostet, oder mal gekostet hat, erschöpfen, um dann diese Karte umsonst zu spielen, auch sehr spannend. Und dann kann man, und die eigentliche Fähigkeit ist dann, man kann eine Charakterkarte, also einen Charakter aus dem Abwurfstapel wieder auf die Hand zurücknehmen, also auch eine sehr schöne und interessante Fähigkeit. Dann haben wir Hades, da haben wir auch schon andere, einen anderen Kartentyp mit Hades auch gesehen, noch eine andere Karte mit Hades gesehen, das ist Storybound Villain Deity, also auch Gottheid hier, also auch wieder ein anderes Keyword. Kostet vier, kann nicht als Tinte verwendet werden, ist drei, zwei, also drei Angriffe, zwei Verteidigung, und hat die Fähigkeit Well of Souls. Wenn you play this character, also wenn man die Charakter spielt, kann man eine Charakterkarte vom Discard auf die eigene Hand zurücknehmen, also so einen sogenannten Enter the Battlefield, also so einen Ausspieleffekt in dem Moment, wo man etwas ausspielt, dass dieser Effekt einmalig triggert, und die Karte bleibt auch überliegen, und hat auch einen Legendenmarker, einen Legendenpunkt auf der Karte. Auch hier eine weitere Karte, oder ein Charakter, der schon mal vorkam, nämlich Stitch, New Dog in dem Fall, kostet nur eine Tinte, ist eine 2-2er-Kreatur, Storybound Hero Alien, und hat aber, ja weil es einem so günstig ist, keine Sonderfähigkeit, aber immerhin einen Legendenpunkt. Dann haben wir ein weiteres Item, nämlich Beast Mirror, also der Spiegel des Beast, und kostet zwei Tinten, und die hat die Fähigkeit Show Me. Da muss man diese Karte erschöpfen und drei noch zusätzlich Tinten ausgeben, und wenn man, ja die Fähigkeit heißt dann, wenn ich keine Karte in der Hand habe, ziehe ich eine Karte. Also das ist, ja, so eine von diesen Draw-Effekten, dass man eben wirklich zusätzlich eine Karte ziehen kann, wenn man diese Karte draußen hat, dass man keine Karte mehr in der Hand haben darf. Ja, ist okay, also ich sag mal, wäre mir natürlich lieber, wenn man auch bei 1 oder 2 Karten in der Hand diese Fähigkeit nutzen kann, oder gänzlich, unabhängig davon, ob ich noch Karten in der Hand habe, denn das ist ja auch relativ teuer. Ich muss diese Karte tappen, und ich muss zusätzlich drei Tinten ausgeben. Aber zumindest ist es ein Draw-Effekt, ist es eine Möglichkeit, noch wieder nachzuziehen, und dann natürlich auch vielleicht mehr zu machen. Dann haben wir den Magic Broom, der magische Besen, und Bucket Pre-Gate ist hier der Untertitel, kostet zwei Tinten, ist eine 2-2er, ist auch eine Kreatur, die ist noch ein Magic Broom, also kein Item, sondern Kreatur. Ein Dreamborn Broom und hat die Fähigkeit Sweep, und wenn man diesen Charakter spielt, kann man eine Karte von irgendeinem Abwurfstapel in das Deck des Spielers spielen, wieder reinpacken. Also da wird eine Karte aus dem Abwurfstapel wieder in das Deck des entsprechenden Spielers reingemischt, also der ganze Stapel, das Deck wird dann gemischt wieder. Spannend, dass es eben nicht nur auf den eigenen Abwurfstapel sich bezieht und das eigene Deck, sondern eben Any Players oder Any Discards, okay, interessant, hat auch einen Legendenpunkt. Müsste man mal sehen, in welchen Momenten das Sinn macht, ob man irgendwie eine schlechte Karte, wobei, wer würde denn eine, also, wer würde denn eine schlechte Karte wollen, die ihr dann wieder reinmischt? Hm, interessant. Ja, müsste man mal schauen, aber es macht natürlich auch teilweise vielleicht primär für einen selber Sinn, wenn man halt eine starke Karte, die dann auf den Ablagestapel gelandet ist, wieder ins eigene Deck mischen möchte. Und hier haben wir diese Fire the Cannons, die hatten wir ja vorhin bei Captain Hook schon gehabt, den man hier auch ein bisschen im Hintergrund sieht. Das ist also die Aktionskarte, die dazu passt. Und die hat einfach die Aktion, die kostet eine Tinte und man fügt einem ausgewählten Charakter zwei Schaden zu und man kann eben mit Captain Hook diese Karte dann wieder auf die Hand holen, was natürlich eine schöne Kombi ist, um diese dann wieder zu spielen und wieder Schaden auszuteilen. Ist also mehr so ein Akkodeck, würde ich mal sagen. Ja, dann haben wir noch eine Maleficent-Karte, Sinister Visitor, vier Tinten für eine 3-4er, Kreatur, Storybond, Villain und Sorcerer. Hat keine extra Fähigkeit, aber zwei Lore oder zwei Legendenpunkte drauf, sodass man auch diese nutzen kann. Und die ist auch nicht so einfach zu wegzukriegen, ne, mit vier Verteidigungen, mit vier Leben sozusagen. Da haben wir noch Simba und ich glaube auch Simba war Teil eines der Starterdecks, wobei man mal sagen muss, ich glaube, so wie es bisher bekannt ist, sind alle Karten, die im Starterdeck sind oder in irgendwelchen anderen Produkten, auch ganz normal in den Boostern zu finden. Also es gibt jetzt hier keine exklusiven Karten, die jetzt nur zum Beispiel in den Starterdecks zu finden sind. Zumindest ist aktuell so meine Info. Müssten wir auch mal abwarten. Und das ist schon eine starke Karte und ja, tendenziell auch hier wieder der Stahl, also das ist die graue Farbtyp, Tintentyp, sind doch oft stärkere Karten. Sieben Tinten kostet Simba, der Return King, also da ist er schon König. Kann man auch als Tinte abwerfen, ist, ja, kommt drauf an, ne, wenn man die sehr zeitig zieht, macht es wahrscheinlich Sinn, diese als Tinte abzuwerfen, denn die wird man ewig nicht spielen können. Wenn man die später zieht, dann möchte man sie mit Sicherheit ausspielen. Ist eine 4-6er-Kreatur, also auch mit sehr viel Widerstand, aber auch viel Angriff. Storyborne, Hero und King. Und hat zwei Effekte drauf, was ich sehr spannend finde. Gerade die teuren Karten, die dann natürlich auch noch stärkere Effekte haben. Zum einen das Keyword Challenger plus 4. Und wenn dieser Charakter challenged, bekommt er plus 4 Stärke. Also wenn er selber angreift und andere Charaktere herausfordert, dann ist es eine 8-6er-Figur oder 8-6er-Kreatur. Das ist natürlich schon krass. Und hat noch die Fähigkeit Pounce. Während meines Zuges bekommt dieser Charakter Evasive. Ich weiß gar nicht, wenn ich Challenging mache, ich weiß gar nicht, ob das auch gilt, wenn ich verteidige. Das kann natürlich sein. Also wenn ich einfach, Challenging ist ja generell das Kämpfen gegeneinander. Das heißt, immer mit dieser Charakter kämpft, hat er halt 8-6. Wobei ich mich frage, warum ich automatisch 8-6 hätte. Weil ich weiß nicht, wann sonst die Stärke jetzt relevant sein sollte. Müsste man mal schauen. Aber auf jeden Fall in meinem eigenen Zug hat er noch die Fähigkeit Evasive. Und er kann damit eben auch Charaktere challengen, die auch Evasive haben. Normalerweise, also es gibt ja viele Charaktere, die haben Evasive, also ich glaube Ausweichen. Und die können halt nur gechallenged werden von anderen Charakteren, die auch Ausweichen haben. Also das spannende Karte. Ich mag ja, es muss natürlich diese Basiskarten geben, die wir eben hatten, die halt teilweise gar keine Fähigkeit haben. Aber es gibt dann eben auch coole Karten, die dann durchaus spannende Fähigkeiten und Keywords haben. Dann haben wir Pascal Rapunzel's Companion Storyborne Ally für eine Tinte 1-1er-Kreatur. Camouflage ist seine Fähigkeit. Wenn ich einen anderen Charakter im Spiel habe, dann bekommt dieser Charakter, also Pascal, Evasive. Also hat dann auch die Möglichkeit, eben nur von anderen Charakteren geschälscht zu werden, die auch Evasive haben. Was natürlich nicht schlecht ist, weil die natürlich sehr schwach ist als 1-1er-Kreatur. Bringt auch eine Legende, wenn man mit der questet. Und dann haben wir noch Flounder, Voice of Reason. Das ist ja von Ariel auch für eine Tinte eine 2-2er-Kreatur. Storyborne Ally. Und hat keine Fähigkeit, aber eine Legendenpunkt drauf. Aladin, ich glaube, den hat man auch irgendwo schon gesehen, aber der wurde jetzt nochmal extra in den Regeln auch gezeigt. Sieben Tinten, also auch eine sehr teure Kreatur, eine 5-5er. Und hat Shift-5. Und Shift ist ja auch so eine Fähigkeit. Das heißt, man kann fünf Tinten spielen, um diesen Charakter on top, also auf eine bereits ausliegende Karte mit dem Namen Aladin zu spielen. Und ich denke, die Fähigkeit bedeutet einfach, dass man eben später dann günstiger solche teuren Karten teilweise reinbringen kann, die eben Shift haben. Wenn man zum Beispiel eine andere Aladin-Karte im Deck hat, die halt, was weiß ich, nur zwei kostet, die kann man relativ früh spielen. Und dann kann man später, braucht man nur fünf Tinten, um diese Elden Heroic Outlaw-Karte, die normalerweise sieben kostet, aber wenn man schon eben Aladin ausliegen hat, kann man eben diese Karte für fünf auf die andere Karte legen. Ja, das hilft ein bisschen dabei, mit weniger Tinten eben solche starken Charaktere rauszubringen. Und sie hat die Fähigkeit Daring Exploit während meines Zuges. Immer wenn dieser Charakter einen anderen Charakter in einer Challenge vertreibt, also banished, das ist ja dann, wenn er ihnen quasi so viel Schaden zufügt, dass er auf den Ablagestab bekommt, bekommt man zwei Legenden. Und jeder Gegner verliert zwei Legenden. Und generell bringt diese Karte auch schon beim Questen zwei Legenden. Also ist ein starker Charakter, ist auf jeden Fall einer dieser, könnte ich mir vorstellen, sehr spielentscheidenden Charaktere, wenn man die irgendwann rausbringt, wenn man die schafft, gut zu schützen, vielleicht sogar noch zu stärken, was die Stärke angeht. Und wenn man dann mit dem Charakter eben nicht nur questet, sondern wenn man mit dem Charakter challenged oder gechallenged wird, dass man da sogar noch Legenden bekommt und die Gegner Legenden verlieren, stark. Dann haben wir auch eine sehr schöne Karte wieder, der Frying Pan, also die Bratpfanne hier für zwei Tinten. Ist ein Item und hat die Fähigkeit Klang. Man kann dieses Item quasi auf den Ablagestabbel legen und dann hat der ausgewichtete Charakter, kann nicht challengen in seinem nächsten Zug. Also das nimmt man in der Regel natürlich für einen gegnerischen starken Charakter und verhindert damit, dass dieser im nächsten Zug, wenn dieser Spieler dann dran ist, challengen kann. Also schützt man damit natürlich auch wieder eigene Charaktere. Christoph kennt man natürlich auch, der Offische Ice Master. Und das ist aus Frozen und das ist drei Tinten für eine 3-3er-Kreatur. Storyborne und Ally hat auch hier wieder keine extra Fähigkeit, aber zwei Lore, zwei Legendenpunkte, wenn man mit ihm questet. Und dann haben wir noch einen Song, nämlich The One Jump Ahead. Also das sind ja dann immer, beziehen sich immer auf bestimmte Songs, wirkliche Lieder aus Disney-Filmen, die natürlich auch oft sehr berühmt sind. Kostet zwei Tinten, ist wie gesagt eine Aktion Song. Und einen Charakter mit den Kosten zwei oder weniger kann man dafür auch erschöpfen, um diesen Song quasi kostenlos zu spielen. Und die Fähigkeit ist, dass man die oberste Karte des eigenen Decks in den eigenen Tintenvorrat legen kann und aber erschöpft reinlegt. Aber man kann auf jeden Fall mit dieser Karte quasi, mit dieser Aktion zusätzlich eine Tinte in den eigenen Tintenvorrat legen. Let It Go, ein weiterer Song, kostet allerdings fünf Tinten, also schon recht teuer. Auch hier wird die Fähigkeit, ein Charakter mit Kosten fünf oder mehr kann diesen Song umsonst wirken, wenn man ihn halt erschöpft. Und man kann den ausgewählten Charakter oder man kann einen ausgewählten Charakter wieder umgedreht in den Tintenvorrat des Spielers legen. Aber erschöpft kann man natürlich mit einem eigenen Charakter machen, weil man auch Tinte braucht mehr. Aber das ist natürlich eine krasse Karte, um einen starken Charakter oder einen Charakter, den man einmal nicht mehr haben will beim Gegner, in dessen Tintenvorrat zu legen. Man bringt quasi einen im Zweifel starken Charakter, nimmt man aus dem Spiel. Gut, der Gegner bekommt dann als kleine Entschädigung, dass er eine Tinte mehr hat dadurch, aber auch eine schöne Removal-Karte von starken Charakteren zum Beispiel. Oder, ja, es geht nur um Charaktere, genau. Man kann nur Charaktere auswählen damit. Ah, interessant. Und noch ein Item, der Dingelhopper. Eine Tinte kostet dieses Item in Gelb und das hat die Fähigkeit Straighten her. Da kann man dieses Item erschöpfen und dann kann man einen Schaden von einem Charakter entfernen. Also auch so eine kleine, ja, ein Heil-Item, also wieder das Haar glatt machen, ein bisschen die Haare in Ordnung bringen, heißt einfach einen Schaden weniger, den man dann, oder einen Schaden runternehmen kann, den man von einem Charakter runternehmen kann, genau. Und ich glaube, das ist jetzt die letzte, und zwar Mickey Mouse Detective. Eine weitere Mickey Mouse-Variante kostet drei Tinten, kann man nicht als Ink benutzen, als Tinte. Ist eine 1,3er-Kreatur, ist ein Dreamborn Hero Detective in blau. Und die Fähigkeit heißt Get a Clue. Wenn man diesen Charakter spielt, kann man auch die Top-Karte des eigenen Decks in den eigenen Tintenvorrat legen, auch erschöpft. Also auch wieder die Fähigkeit, genau, dass man den eigenen Tintenvorrat eben automatisch quasi erweitern kann, vielleicht ohne von der Hand Karten abzuspielen und hat hier eben dann trotzdem einen Charakter dann ausgespielt dafür. Der bringt auch eine Legende, wenn man damit questet. Und wir haben noch eine weitere, nämlich Moana auf Motunui, eine Fünf-Tinten-Kreatur mit 1,6, also nicht unbedingt für den Angriff gedacht, aber sehr widerstandsfähig. Und die Fähigkeit ist We Can Fix It. Immer wenn dieser Charakter questet, also um diese Legendenpunkte zu bekommen, kann man die anderen Charaktere, die dieses Keyword Prinzessin haben, wieder entschöpfen. Also kann man wieder die spielbereit machen. Also am besten erschöpft man andere Prinzessinnen-Charaktere, die man hat, um, ja, was auch immer, die dann als Effekte haben. Man kann die dann aber wieder, wenn Moana questet, kann man die wieder zurückdrehen und dann nochmal nutzen sozusagen. Aber zumindest nicht zum questen. Also die können dann, steht da hier, die können nicht questen für den Rest des Zuges, aber sie können vielleicht für andere Effekte dann auch genutzt werden. Auch spannend, hier einfach mal so ein Prinzessinnen-Deck zu bauen, wo man halt viele Prinzessinnen drin hat, die dann halt gegenseitig sich zum Beispiel, ja in dem Fall, halt wieder dann, ja, sich helfen. Und Moana ist natürlich nicht nur sehr widerstandsfähig, sondern sie bringt auch drei Legendenpunkte, wenn man mit ihr questet. Natürlich auch stark. Und das war mein Blick auf neue Karten für Disney-Locana. Wir haben doch wieder eine große Bandbreite an Karten hier gesehen, die ja unterschiedliche Fähigkeiten haben, teilweise eben eher kleinere Karten, die aber keine Sonderaktionen haben, dafür zum Beispiel Legendenpunkte bringen. Dann aber ein paar auch sehr interessante Items, die ich wirklich stark finde. Also Items finde ich fast mit die spannendste Karten-Typ. Dann haben wir auch diese Songs gesehen, die ja doch als Subtyp von Aktionen hier jetzt ins Spiel gebracht wurden, die auch nicht nur interessante Effekte haben, sondern eben auch diese interessante Möglichkeit, diese halt zu spielen, ohne die Tintenkosten zu bezahlen, indem man einfach einen passenden Charakter und einen Charakter erschöpft. Auch sehr spannend. Und wir haben natürlich ein paar sehr starke Charaktere gesehen, die dann sogar zwei Fähigkeiten oder eine Fähigkeit und ein Keyword hatten, also eine dauerhafte Fähigkeit und eine Aktion. Also sehr spannende Karten. Und wie gesagt, wir kennen jetzt ungefähr 60 Karten des ersten Sets, das erste Kapitel. Es fehlen aber noch um die 140 oder 135 Karten ungefähr. Also da kommt noch einiges. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und ja, es gab ja schon ein paar Diskussionen, ob das Spiel zu leicht ist, ob die Fähigkeit nicht spannend genug ist. Wenn man das natürlich mit einem etablierten TCG vergleicht, was seit vielen, vielen Jahren am Markt ist, dann wirken jetzt die Fähigkeiten vielleicht ein bisschen basic und nicht gerade so wahnsinnig komplex, was ich aber erst mal gut finde. Denn das Spiel richtet sich natürlich auch eher an Einsteiger. Es gibt jetzt andere TCGs, die ich nicht kennen möchte, die ich auch sehr gut finde, aber die natürlich schwer sind, um da reinzukommen, weil sie halt mittlerweile sehr komplex sind, sehr, sehr viele Fähigkeiten haben, sehr viel Text auf den Karten. Da ist halt Disney Lorcaner jetzt an dem Punkt, gerade mit dem ersten Set, wo es noch wirklich sehr übersichtlich ist. Das heißt ja aber nicht, dass da nicht noch mehr kommen kann. Also es wird sicherlich auch hier so sein, dass mit jedem Set durchaus auch neue Fähigkeiten, neue Keywords etc. reinkommen. Also davon gehe ich mal fest von aus. Und da ja vier neue Sets im Jahr angekündigt sind, wird da sehr schnell dann auch die Komplizität sicherlich ein bisschen hochgehen. Wird jetzt nicht in den Bereich von anderen Sammelkartenspielen gehen. Das muss es aber auch nicht. Finde ich auch gut. So ist es halt wirklich auch etwas, was man schnell mal mit Freunden und Familie spielen kann, ohne dass die jetzt erstmal ein Studium dafür hinlegen müssen. Und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall und freue mich darauf, da in jedem Set auch was Neues zu entdecken. Und was auch sehr spannend ist, weil wir halt jetzt schon mehr als 60 Karten aus dem ersten Set haben, die jetzt schon gespoilt wurden, haben schon viele ihre ersten Proxy-Decks gebaut. Ich habe mir auch schon die Karten, die es bisher gab, ausgedruckt. Und die gab es zum Beispiel auf dem deutschen Lokana-Discord-Channel, hat da jemand eben diese als Proxys gebaut. Steht auch groß Proxy drauf. Man will ja nicht irgendwie Karten kopieren und die dann irgendwie noch als Reale verkaufen. Und es geht nur darum, dass man eben diese Karten jetzt schon mal, weil es sind ja noch ein paar Monate bis zum offiziellen Release, sich ausdrucken kann und aus den Karten Decks bauen kann. Denn das ist möglich, denn man darf ja jede Karte bis zu viermal im Deck haben. Und ein Deck muss mindestens 60 Karten haben. Das heißt, man kann mit dem Minimum eigentlich von 15 verschiedenen Karten pro Deck spielen. Können natürlich auch mehr sein, aber 15 verschiedene Karten würden schon reichen, um ein legales Deck sozusagen in Disney-Lorkana zu erstellen. Wie gesagt, aus zwei Farben dürfen ja diese Decks bestehen. Und das geht auch so. Und da habe ich jetzt auch vor, in den nächsten Tagen, nachdem ich die Karten alle dann auch gesleeved habe und mir meine ersten Decks mal so zusammengebaut habe, dann auch mal die ersten Partien zu spielen. Und da werde ich natürlich auch drüber berichten.